Oh, guten Morgen! Du sitzt ja schon aufrecht im Bett. Wollen wir aufstehen, Linus? Sarah, ich darf mir Linus heute für einen Tag ausleihen, stimmt's? Gerne auch länger. Ich weiß, an meiner Uni, der Präsident hat immer gesagt, Mädels, ihr müsst die Kinder jetzt kriegen, dann sind die aus dem Gröbsten raus, wenn ihr später eure Karriere angeht. Und ich hab mal gedacht, ich fühl mich auch noch gar nicht irgendwie so sicher, ich hab das Geld noch nicht. War das ein geplantes Kind? Wir waren uns schon einig, dass wir Kinder wollen und hatten das ein bisschen später angedacht. Durchaus auch im Studium angedacht. Nur vielleicht nicht gleich drei Wochen nach Studienbeginn den positiven Test. Das war schon eine kleine Überraschung. Es ist ein bisschen gruselig, aber es ist letztendlich wirklich so, dass man am meisten Zeit hat für so einen Kopf. Kopf? Hätte ich mit dem Kopf anfangen sollen? Wahrscheinlich, ne? Probier dir das mal aus. Lass dich mal einfach machen. Mit dem Kopf anfangen. Du warst 24, als du schwanger wurdest? Genau. Genau. Von daher. Von daher. Ja, dann. Oh. So, oder? Wenn ich jetzt heute für einen Tag die Leih-Mami bin, wie teilen wir uns denn das heute beide auf? Eigentlich. Also, ich werde soweit... Wann musst du arbeiten? Ich werde soweit dann gleich, genau. Ich werde dann gleich nach dem Frühstück, werde ich dann drüber gehen ins Büro und noch ein bisschen arbeiten. Mhm. Aber das klingt ja dann eigentlich doch so ein bisschen nach der klassischen Rollenverteilung. Er geht arbeiten und du bist die Mutti. Mutti. Das war aber damals also nicht so. Ich habe die ersten drei Monate eigentlich Elternzeit gemacht, habe während der Zeit meine Master-Thesis geschrieben. Mhm. Und habe das dann... Ach, das war auch noch? Ja, das war. Das kam auch noch mit dazu, ja. Die wichtigste Bedingung für uns war dann noch, dass ich ihn mitnehmen darf in die Vorlesung. Ja. Und da hatte ich eben auch das vollste Verständnis von allen, also wirklich von allen. Und es war eigentlich auch nie ein großes Problem. Ja. Nein! Ohohoho. Willst du lieber Sandwich, sag mal? Ja, jetzt guck du mich böse an. Ich habe doch hier so schön gesch... Das glaube ich nicht. Hm? Nein? Was ist noch nicht falsch gelaufen oder nicht durchgeführt worden? Wenn Sie sich dieses Fallbeispiel noch mal kurz anschauen. Jetzt verhält er sich ja halbwegs ruhig. Was ist denn, wenn er mal so richtig auf Feuer ist? Was machst du dann? Dann wiederum hinten keine Ahnung, ob das ist... Stimmt's, weil er muss den Papa anrufen. Dann kommt Lars noch hin. Ja. Was ihr alles leisten müssen. Ich hätte mich, konnte mich jetzt eben nicht gut konzentrieren. Ich war ganz schön abgenehmt. Also ich glaube gar nicht. Ich glaube, ich habe von dem Ganzen vielleicht drei, vier Worte mitgenommen oder so. Könnt ihr euch selber vorstellen, ein Kind zu haben schon während des Studiums? Äh... Also ich fasse nämlich nicht mehr. Warum denn nicht? Also das Studium ist hardcore hier. Und nebenbei sollte man, also hat man meistens auch einen Nebenjob. Also wir zumindest. Ich denke, man ist schon ziemlich eingeschränkt mit Kind. Und man kann nicht mehr so oft feiern gehen oder einfach machen, was man will. Bei einer Fakultätsparty habe ich ihn schon mal ein bisschen betreut. Bei einer Party sogar? Ja. Und der ist immer weggelaufen. Okay. Und ich bin dann immer hinterher. Könntest du dir das vorstellen, jetzt gerade Vater zu werden? Ähm... Direkt wäre es ein bisschen schwierig, aber ich bin auch schon 24 und das geht dann. Ich finde es okay. Okay. Na? Komm. Aber wenn er warten will, muss man halt warten. Ja! Können wir uns ein Kind überhaupt leisten? Ich glaube, mir wird das schon irgendwie Angst machen. Weil ich könnte auch gar nicht berechnen, wie teuer so ein Kind ist. Wir haben uns da nicht so die Gedanken drüber gemacht. Wir sind einfach mal davon ausgegangen, dass das passt. Und ich meine, man kriegt Kindergeld, man kriegt Elterngeld. Ja. Wer unterstützt einen denn, wenn man so jung Eltern wird? Das Jugendamt zum Beispiel. Also gerade seine Tagesmutter wird zum Beispiel größtenteils vom Jugendamt bezahlt. Für Studenten zahlen die besonders viel, glaube ich, weil sie einfach bemüht sind, dass die Studenten ihr Studium fertig machen können, um dann zu arbeiten, um dann das Kind selber vollständig mit allen Kosten drumherum versorgen zu können. Also, letztendlich schaffen tut man das schon. Also, daran soll es jetzt nicht scheitern, ne? Nein. Wir sind doch noch gar nicht in der Quengelzone. Ja, super. Genau, das Hebauf-Spiel. Oh, ja, so bremse ich jetzt. Als Studentin, ich habe das total genossen, eben keine Verantwortung zu haben. Ich glaube, man ist also gerade, wenn man selber auf dem Spielplatz mit irgendwie vier anderen Kommilitonen oder Freunden oder so noch rumtobt und selber denkt so, okay, und ich übernehme jetzt hier Verantwortung für so einen kleinen Knopf, ne? Also, wenn man selber dann so seinen Spaß hat und irgendwie so miteinander rumarscht. Aber ich glaube, gerade das macht so eine Beziehung, gerade wenn man so Jungeltern wird, so eine Beziehung zum Kind entspannt. Ich bin zum Beispiel letzten Sommer, also ich würde das nicht missen wollen, auch einfach mal spontan den Rucksack auf und verreisen zu können oder so. Das geht ja mit so einem Knirps nicht mehr. Ne, das geht nicht. Das stimmt. Macht dich das wehmütig? Also, es gibt schon Sachen, wo ich sage, hey, da hätte ich schon irgendwie auch noch mal Lust drauf. Würde ich gerne machen. Aber es geht mit ihm momentan nicht, weil er einfach noch zu klein ist. Und dadurch, dass wir ja noch nicht Mitte 40 sind, bleiben so Rucksacktouren ja auch noch nicht aus. Also, ich hatte heute wirklich so meine Momente, wo ich gedacht habe, man ist halt schon fremdbestimmt durch das Kind. Das Kind will noch fünf Minuten weiterspielen oder noch kurz in die Luft gucken. Ich muss warten. Das Kind will schlafen. Dann muss ich meine Pause genau da hinlegen sozusagen. Das Kind will spielen. Dann bin ich bei der Arbeit unterbrochen. Ich brauche noch einen Typen und ein paar Jahre Zeit.